Rote-Rosen-Vorschau, so lautet das Urteil für Annette und Malte. In die Rote-Rose müssen Annette und Marte vor Gericht erscheinen. Nun ist das Schicksal der beiden entschieden. Die Beziehung zwischen Annette, Sarah Masugi, und Marte, Markus Blum, war für viele in Rote-Rosen ein Fluch. Eigentlich war sie eine gutmütige Transportmanagerin, wurde aber immer wieder in die bösen Machenschaften ihres Mannes verwickelt. Schließlich werden sich ihre Wege bald in der Serie endgültig trennen, aber das bedeutet nicht, dass ihre gemeinsame Zeit ungestraft bleibt. Rote-Rose, hier ist, was das Gericht im Fall von Marte und Annette entschieden hat, denn als beispielsweise Tina, Katja Frenzel, und Ben, Paki Meziani, herausfinden. Dass Annette und Martes kriminelle Machenschaften verwickelt ist, werfen sie sie nervös aus dem Rosenjaus. Vor allem dem Lkw-Fahrer und Albers-Kindergartenvermieter kann sie ihren Freunden nicht verzeihen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Lage beruhigen wird. Wie sie der Vorschau entnehmen können, steht das Urteil des Gerichts fest. Sollten beide ins Gefängnis gehen? Im Gegenteil, die Strafe ist viel geringer als erwartet. Tina ist darüber besonders verärgert und drängt Annette, Lüneburg für immer den Rücken zu kehren. Auch sie ist erleichtert. Es kommt ihr entgegen, dass die Strafe nicht so hoch ist, das Unternehmen an ihre Mitarbeiter zu übergeben. Marte wiederum freut sich über das Urteil und fühlt sich vor allem ins Casino gezogen. Annette versteht das überhaupt nicht und findet das Verhalten ihres Ex-Mannes sogar erbärmlich. Anscheinend stimmt auch die Täterin mit ihrer Meinung überein, und ich verstehe es endlich. Ob sich ihre Beziehung erneut endet, können Fans wie immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD erfahren. Alternativ sind Episoden ab Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek abrufbar.